Herzlich Willkommen bei unserer Kreativzeit mit Elna. Zubehörvorstellung Die Bandeinfassführung für die Coverstichmaschine fasst deine Stoffkanten mühelos und nahezu perfekt ein. Du kannst den Stoff als Einfassstreifen verwenden, welchen du bei deinem Nähprojekt vernähst. So passt alles farblich perfekt zusammen. Die Bandeinfassführung kommt als Set zu dir, sodass du nach einer einfachen Montage direkt losnähen kannst. Die Bandeinfasser sind in der Größe 42 mm für eine 12 mm breite Stoffeinfassung erhältlich und in der Größe 32 mm für eine fertige Breite von 8 mm. Du entscheidest, ob du das Set mit dem kurzen Metallfuß oder mit dem transparenten Einfassbandfuß mit Führung wählst. Diese beiden speziellen Nähfüße haben eine kürzere Form und passen dadurch perfekt zur Bandeinfassführung. Mit dem Metallfuß kannst du während des Einfassens deinen Einfassstreifen mit 1, 2 oder 3 Fäden absteppen. Mit dem transparenten Einfassbandfuß hast du eine sehr gute Sicht auf dein Projekt und die Kantenführung sorgt für eine sehr leichte Handhabung. Du kannst mit ihm je nach Breite der Bandeinfassführung mit 1 oder 2 Nadeln nähen. Es gibt insgesamt 4 Sets. Ein Set mit Metallfuß für breite Säume und ein Set mit Metallfuß für schmale Säume. Und das Set mit dem transparenten Fuß gibt es ebenfalls in breit oder schmal. Egal wie du dich entscheidest, beide Füße sind auch einzeln erhältlich. Fasse deine Stoffkanten sauber und doppellagig ein und nähe gleichzeitig die Träger bei einem Top mit an. Einfacher geht es kaum. Verwende zusätzlich noch den Bandhalter von Elna und deine Einfassstreifen können reibungslos durch die Bandführung und dem Bandeinfasser laufen. Auch Sarteng ist keine Herausforderung. Fasse auch bei diesem besonders glatten Stoff deine Kanten sauber ein und nähe perfekt passende Träger für deine Nachtwäsche oder Abendkleidung. Damit ein Halsausschnitt gut anliegt, benötigt er in vielen Fällen wie bei diesem Body eine leichte Dehnung. Dafür bringst du mit deinen Fingern ein wenig Spannung auf das Einfassband und im Nu hast du einen perfekt sitzenden Halsausschnitt. Auch deine Blusen, Punikas und vieles mehr warten auf eine wunderschöne Stoffkanteneinfassung mit Profi-Ergebnis. Wenn du erfahren möchtest, wie du die Bandeinfassführung korrekt anbaust und anwendest, dann schau dir auch gleich die Zubehöranleitung auf unserem Elna Deutschland YouTube-Kanal an. Elna Zubehöre erhältst du bei deinem Fachhändler. Ob es diese Zubehöre auch für deine Maschine gibt, erfährst du auf unserer Website in der Rubrik Zubehör.